Hallo und willkommen, ihr kleinen, geilen Gruselböcke, das so cool hat. Ich habe wirklich jetzt mal einen Tag Pause gemacht, mal mal dazu erwähnen, ich bin jetzt hier urplötzlich wieder mittendrin. Und ich muss erstmal sehen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, durch die Karte, die ja nicht anzeigt, wo ich bin. Jetzt mal Punkte finden, ich glaube, hier ging es zurück zum Haus. Wir machen hier wirklich straight weiter, wir müssen herausfinden, ich habe so viele Fragen. Was hat das mit diesen Monstern auf sich? Was haben die zusammengelegt auf sich mit den ganzen Studenten-Dingsbums? Was ist denn nun geschehen? Ich meine, die Story wird durch die Seiten erzählt. Dieses Monster, warum, wieso, weshalb? Es sind so viele Fragen. Dieses Gestalten-Ding, dieses durchsichtige Feuer-Ding da. Zum Beispiel, was das doch machen, diese Totems. Warum diese Totems? Und scheiße, da habe ich aberwitzige Fragen. Tausender. Warte, ich meine Seite. Da drüben. Woher? Da. Ist ja was, nee. Ausschnitte aus Glockbucheinträgen von Dr. Ivan Wansky. Wissen Sie, was wir tun wollten? Wir spielten Gott. Telekinese. Das hatten wir doch schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Hä? Hä? Moment. Warte mal, warum habe ich die Seite jetzt gefunden? Das muss jetzt irgendwo eingeblendet sein. Da würde ich mal tippen. Nee. Hä? Äh. Da. So weit von der Hütte weg? Doch, wir sind hier in den Berg. Hä? Scheiße, die man dann. Mann, 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 Mann. Warte, ich gehe verklamotten. Was? Alter, das geht hier echt nur ab. Ich gehe so viele Sachen jetzt? Ja. Ach, das sind mit den Zeichen von denen. Was auch immer. Okay. Okay. Okay, können wir wieder zurückgehen? Kniebe kommt. Scheiße. Krass. Wie geil das ist. Ohne Scheiß. Das ist gerade... Wow. Da sind wir also nicht dran. Alter, was hier gleich passiert. Entschuldigung, dass ich so oft Alter sage, aber in dem Spiel passt nichts mehr anderes. Da ist ein Tornado. Von dem Berg aus. Oh mein Gott. Denn bald ist Sonnenuntergang. Ich sehe es vor mir, als wäre ich selbst dort. Jetzt stünde ich mitten im Wald. Ich weiß nicht so etwas, was mit der Realität los ist. Ich schreibe mit meinem eigenen Blut auf einen Baum. Mein eigener Name. Anton. Nein, nicht meinen. Seinen. Bald ist Sonnenuntergang. Orange-rote Nebel. Überall orange-rote Nebel. Ich sehe, wie ihre Leichen aus dem Wald kommen. Ich höre Schrei. Ich höre... Ich höre Schrei. Ich höre Schrei. Ein magerschüttender Schrei des Entsetzens. Ist das meine Stimme? Ich glaube schon. Wo ist Anton? Wo ist er hergekommen? Wie ist er hergekommen? Bald ist Sonnenuntergang. Er ist in mir. Er ist in meinem Kopf. Er kommt durch meine Augen. Die Augen sind die Fenster zur Seele. Er hat keine Seele. Wo ist Anton? Ich falle in einen bodenlosen Abgrund. Hinein in die Schlucht. Tote. Verwesene Hände greifen nach mir. Ich kann flüsternde Stimmen hören. Jetzt gehörst du an. Du wirst uns nie mehr verlassen. Ich rufe ihn. Ich rufe Anton. Wo ist Anton? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts sehen. Es ist mein Auge, nicht Blut. Ich muss frieren. Ich muss ankommen. Ich muss anfangen zu laufen. Bald ist Sonnenuntergang. Und es hört alles auf? Wie im Himmels Willen. Wieso? Die Wolken werden auch langsamer. Dann die Wolken stehen und ziehen wieder normal. Was zur Hölle? Das ist also eher... Das ist also... Ich muss immer die Zusammenhänge. Das muss man sich übel zusammenreiben. Ob das so ist. Jemand, der so gefunden wurde. Also der schon wirklich... So ein bisschen psychiatrisch... Ist das wirklich so gewesen? Ist jetzt die Frage. Ich möchte jetzt wirklich gerne Fakten haben. Hoch, oder? Da bin ich. Da bin ich. Sie ist da. Jetzt bin ich hier dann. Gehen wir nochmal hier hinten rum. Ganz im Weg. Drei Koordinaten fehlen mir noch. Da muss ich überall hin. Da hin muss ich... Ah, ist ja dadurch auch einfach, ne? 47? Warte mal. 14... 62? Ne, warte mal. Sagen Sie sich die 47. Da hinten. Da kann man noch hin. 51? 30? Die Null ist durchgestrichen. Achso, ja. Hier auch, ja. Ja, ja klar. Da kommen wir auch hin. 14? 14,83? Da oben hin muss ich also nochmal. Okay. Gut, jetzt gehen wir erstmal weiter. Puh, 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 puh. Ich bin gespannt, wann uns das Vieh... Wo? Vielleicht wisst ihr, ob er es durchs Laufen schafft. Schafft er, gut. Aber nur in diese Richtung. So. Jetzt sind wir da rüber gekommen. Jetzt müssen wir da lang. Alter, das ist... Ich hab wirklich... Nachdem ich das gestern... Also für mich, wo ich das aufgenommen habe... Alter, das gespielt habe. So viele Fragen. Ich hab selbst mal nachgeguckt. Ich hab nur so viel gelesen. Es gibt auch bei YouTube auch eine Dokumentation, wenn man der Jadlo-Pass... Also D-J-A-Jadlo-Pass... Ich guck mal. Also, ich hatte ja alles gesehen. Jadlo-Pass, so heißt das ja. Oder Jadlo wurde nach dem Anführer der Gruppen... Die Gruppenführer hier benannt. Und... Oh, ich hab ein bisschen Schiss. Mal mal schnell. Und so weiter. Da findet man wirklich, wirklich viel. Informiert euch. Also, das ist nicht nur simpel, blöde Spiel, sondern... Aufgrund der wirklich wahren Begebenheiten... Ist das einfach... Hier geht's runter. Das wollen wir nicht. Da geht's nicht. Genau, da geht's da runter. Wollen wir nicht. Das ist... Mal abgesehen von dem, was passiert. Moment. Da hin, mal... Ja, genau, da hin müssen wir. Da unten wollte ich landen. Genau. Das ist... Das ist krank, was da mal passiert. Und niemand weiß es. Es gibt so viele... Von je die Spekulation. Der ist so dieses... Tier sein. Na klar, passt. Ich red grad... Nö, ich hab bisher noch kein Tier gesehen. Immer mal nur dieses Heulen. Das war so... Das kann auch ein Wolf sein. Und genau dann... Brüllt irgendwas. Hä? Ach, das ist ein Lagerfeuer. Alter, ich dachte eben, das ist der Tote hier, der... Puh, wird gespeichert. Gott sei Dank. Mach mal Kader auf. Uh, Robbe da. Ne, mach mal hier. So. Da ist jetzt also noch was passiert. Können wir uns schnell bewegen. Okay, da haben wir noch ein paar Dinge auf der Karte, wo man... Na ja, da... Dazwischen ist länger nichts. Okay. Es ist auch immer ein gutes Zeichen, weil man hier Pause machen muss. Huch, hoppla. Na, da oben gehe ich nicht hoch. Ich geh mal hier lang. Ich auch keine Seiten. Huch. Tschad Lopas. Was ist... Was ist damals passiert da? Ach, das ist... Ach, das ist der Turm. Ist das die letzte... Guck, jetzt sieht der Wind an. Ist das die letzte Festung, die die... Ähm, das letzte Dorf. Das ist das zerstörte Dorf. Was ist denn? Ist das das? Was ist denn los für den Sound, ey? Mir ist das doofe Gefühl, dass die hier Monster eingebaut haben. Oder das. Muss ich doch von oben kommen? Nee, hier geht's nicht durch. Das ist bloß sehr dunkel, also für die Aufnahmen. Achso, ich dachte, steht was an der Wand. Also nur der... Schöner Stahlbeton. Oh, der deutsche Stahlbeton. Ich glaube, ich muss von hinten dann kommen. Was? Oh, war da oben halt? Ich hab hier Hallus. War das eingezeichnet? Nee. Ne, hier dann. Ich würd immer gern mal springen oder mal rüber luschen. In solcher unwirtlichen Gegend. Wie überhaupt solche Gebäude aufzustellen, das kannst du jetzt auch... Klar, jetzt ist ja nicht nur Dauerabschneesturm, aber man sieht schon fast noch gar nichts im Spiel. Warte, ich hör was. Ich hör hier doch was. Ist ne Seite irgendwo. Hier ist irgendwo ne Seite. Da ist das Sturm so laut, das hör ich die nicht. mehr... Hier ist die irgendwo. Da ich, dass ich nicht springen kann, komm ich nicht hoch. Wo ist die? Von rechts kommt das. Dahinter. Irgendwo hier, ja. Da muss es sein. Nur... Hier so, so, so. Ja. Ich kann auch überall wieder hochfliehen, ne? Ja, ich hab immer so ein bisschen Angst. Da, Koordinaten. 55, 40. Da sind wir. Okay. Haben wir wieder was dazugelernt. Hm, ach ich kann ja nicht springen. Kann ich mich tupen? Vielleicht kann ich mich hier verstecken, aber es bringt mir nichts. Was? Muss ich eigentlich einmal durchschrehen, ne? Darüber. Wird ja bald noch ein Jump and Run. Juhu! Wow. Natürlich ist da noch Licht an. Ein Ausflug aus der Zeugnaussage von Boris W. Ein fünfjähriger Junge, der womöglich der unbekannten Energie ausgesetzt war, die den Tod von zwölf Personen im Wladimir 30-Proplex verursacht hatte. Boris W. Ich habe sie in meinem Traum gesehen. Ich habe sie nicht... Sie haben mich dieselben Dinge gefragt, die sie mich jetzt fragen. Derselbe Mann stand hinter ihm. Dr. Gregor Antonowitsch. Boris, hinter mir steht niemand. Es ist niemand hier. Sie irren sich, Dr. Gregor Antonowitsch. Der Mann bittet mich, ich soll Ihnen sagen, dass die Welt in einem Rammstundenlicht viel schöner ist. Und er bittet Sie, sich Kammer Nummer 7 in Abteilung 22 anzusehen. Weißt du das alles, Boris? Hat dein Vater bei uns gearbeitet? Nein, Gregor, du scheiß Kerl. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie du Menschen zum Auge Gottes gebracht hast. Ich habe gesehen, wie ihre Haut herbrennt und ihre Arme verdreht werden. Ich habe die Albträume gesehen, die es ihnen in den Kopf gepflanzt hat. Denkst du wirklich, niemand würde etwas davon wissen? Denkst du, niemand hätte überlebt? Er hat es uns gezeigt. Krank! Ob es sowas wirklich gibt, irgendwelche wirklich dubiosen... So, jetzt gehen wir wieder in den guten deutschen Bunker. Der Führerbunker. Doch. Feuchte Wände. Schubbel! An... Ach, ich höre jetzt lieber auf, bevor... Entschuldigung, jetzt versammelt die Stimmung auch. Oh. Ach, ja, die Lampe. Schön, der Schaden. Oh! Oh! Was zur Hölle? Alter! Entschuldigung, wenn ich mich wieder sage, aber mein Herz. Was ist denn hier los? Was... Was ist denn da, Schmille? Wir sind immer noch im... Funke drin. Das ist die Seite. Oh, einen Ausgang. Doch, hier die Tür, aber... Funkgeräte. Hm. CTTP. Also ODSSR. Hm, 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 hm. Erstmals. Gau' mich gar nicht drauf. Rücken. Oh, kann ich überhaupt nicht lesen. Hä? Da kommt jemand. Hier wächst grün. Ich möchte die Seite aber nochmal lesen. Ich bin ein leeres Wrack nach seinem Ebenbild geschaffen und doch nicht gleich. Ein Diener, der seinen Herrn gehorcht. Mein Körper ist eine Hülle und ich bin bereit, ihn aufzunehmen. Jetzt verstehe ich den Plan. Ich verstehe das Ausmaß der Zerstörung. Der Schöpfer hilft nicht. Ich will seine Nahrung sein. Ich summe seine Melodie. Ich betrachte die Welt durch seine Augen. Ich trinke das Blut seiner Feine und koste die verwesenden Körper. Ich fühle, wie die Sünde in mir aufkeimt. Ich höre Schrei in meinem Kopf. Ich höre, wie sie mich rufen. Ich höre die Rufe der Diener, die durch ihnen bereits ihre ewige Ruhe städte gefunden haben. Lass sie frei, mein Herr. Lass sie frei und nimm mich an ihrer Straße. Übel Rache. Der Stunde meines Todes. Eine Herrscher von Engel taucht aus dem orangenen, roten Licht auf. Sie singen ihr Lied mit ihrer einzigen kräftigen Stimme. Ich fühle ihre Niere. Ich verzerrte ihre Gesichter. Ihre schwarzen Augen bohren sich in mein Bewusstsein. Sie fordern, die Arbeit müsse zu Ende gebracht werden. Seine Präsenz bewältigt mich. So schwach und wehrlos. Was haben sie dir angetan? Welches Leid? Es gibt an einem Ort. Du warst dort, genau wie ich. Ein riesiges Tor. Darunter verbarg sich der Schöpfer. Nur die wenigen, die ihn berührten, konnten es verstehen. Aber du konntest es. Verstandest es. Und ich verstand es nur durch dich. Das heißt, wir müssen ein großes, großes Tor finden. Und da ist dann der Schöpfer anscheinend. Und der Schöpfer? Die Zeit hat keine Wunden. Was habe ich gelernt? Diese Wahrheit wurde mir mit Schmerzen, Grausamkeit und Lügen eingebläut. Ich habe daraus gelernt. Ich habe es nicht vergessen. Es berührt mein Verstand am Ende und so offenbar, dass ich mir die Wahrheit. Als sie mich mit zertrümelnden Knochen den Flur hinunter zerrten. Als sie mich aufschnitten, um zu sehen, wie sich meine Organe verschoben hatten. Als sie mir die schlimmsten Albträume einimpften, wie man sich vorstellen konnte. Als sie mich zunieten und mich wieder zusammensetzen, mich immer und immer wieder zum Leben erwecken, um die Grenzen meiner Belastbarkeit zu testen. Und als sie mir schließlich nach so vielen Jahren sagt, dass meine Frau tot war. Die Zeit hat keine Wunden. Wer sind wir? Um Himmels Willen. Wer sind wir? Es ist... Ich habe schon wieder Milliarden... Ich könnte... Bevor ich weiterspiele... Ich könnte schon wieder Milliarden Fragen stellen. Warum? Och, ist der Baum, der da wackelt. Ich wollte gerade schon wegrennen. Warum? Wieso? Aber... Wieso geht das hier nicht lang? Da unten ging das doch... Hä? Wir müssen da unten hin. Da hin. Das ist das da unten. Muss es noch irgendwo oben lang gehen. So viele Fragen. Wer bin ich? Oder was bin ich nun wirklich? Wurde ja hergeschickt, aber... Habe ich am Anfang nicht zugehört. Da gesagt wurde, hey, ich bin Antonidas. Und zeige dir, dass es Sparta ist. Ich weiß es nicht. Warum diese Gestalten? Was stellen die da? Diesen Hass. Die haben also anscheinend ja wirklich menschliche Experimente. Dann wird das ganze Atom gedöhnt. Wo, wie gesagt, die Experimente mal ganz, 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 ganz vorgeschoben. Aber... Romischerweise haben solche Experimente, die oft gemacht werden. Oder wo gesagt wird, wir haben Experimente gemacht oder Schauer-Spiele oder... ...irgendwelche Sachen da oben. Das Wetter hat sich eindeutig verschlechtert. Ebenso wie unsere Stimmung. Wir haben alle ein bisschen Angst, wegen dem, was letzte Nacht passiert ist. Wir haben sogar überlegt, ob wir zurückgehen sollten. Aber der Vorschlag wurde bestimmt. Wir sind um zehn Uhr morgens aufgebrochen. Auf demselben von den einheimischen Anliegen ging weitergegangen wie im Vortag. Unterwegs sind wir auf das Lager eines Jägers gestoßen. Wir haben ihn gefragt, ob er danach gejagt habe. Aber er hat verneint. Er hat uns eine Geschichte über einen Geist erzählt, der in Form eines Höllennebels durch den Wald streifen soll. Natürlich fühlen wir uns dadurch nicht gerade wohler. Wir sind weitergegangen. Heute sind wir nur langsam und da sind wir mit großer Mühe vorangekommen. Die Zeit... Entschuldigung, die Sicht ist gleich null. Die Temperatur ist auf minus 24 Grad klein. Ne, ja genau, ich lasse es übersetzen auf Englisch, nicht wundern. Um etwa 16 Uhr haben wir begonnen, uns nach einem Platz für unser Lager umzusehen. Wir haben eine gute Stelle am Waldrand gefunden, wo es windstill war. Völlig erschöpft haben wir begonnen, unser Lager einzustellen. Wir waren zu müde. Ein Loch für das Lager vollzugraben. Wir haben in den Zelten zu Abend gegessen. Wir hatten keine kraftvolle Unterhaltung oder Gedanken. In der Nacht habe ich deutlich gehört, wie jemand um das Zelt herumging. Ich habe gehört, wie jemand meinen Namen flüsterte. Ich will nicht mit den anderen in der Gruppe darüber sprechen. Sie werden glauben, dass ich langsam verrückt werde. Wenn man mal die Musik da wieder dazu weist. Ich weiß die Seite, aber... Wie komme ich denn hier durch? Ich kann ja nicht springen. Weil man nicht springen kann, komme ich hier nicht durch. Ich muss da hinten aber lang. Äh, wir müssen hier einen Weg finden. Passt mal auf. Geht die Teilung ab? Ne. Darunter? Ne. Kann ich nicht? Ich kann hier nicht lang. Okay. Shit. Ist auch nichts. Vor allem, ich sehe auch wirklich immer weniger. Ich glaube, das passt sich der Story so wirklich an. Ich sehe fast nichts mehr. Muss ich da oben lang gehen? Ich komme hier nicht durch. Jetzt komme ich hier nicht durch. Das ist der Sound schon wieder. Ich möchte doch einfach nur da durch. Ich bin springen doch mal, ey. Kann er ja wieder nicht. Es ist auch so schwer, da durchzukommen, ja? Übersehe ich hier irgendwas? Ich kann nicht springen. Ich würde gerne einfach nur mal hüpfen und dann da durch. Kann ich aber nicht. Muss ich da hinten lang? Ne, oder? Letztlich noch weniger. Muss ich da lang und dann da lang erst? Ne, Quatsch. Hier lang. Und da rüber? Geht das? Probieren wir mal. An der Weg scheint es ja nicht zu geben. Ah, shit. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Mittendrin im Alptraum. Da lass die Schöße einfach scheiße. Oh mein Gott, das ist ja. Geht's also wieder nur runter, ja? Ja. Ups. So. Drüben. Ach, ist das hier der Zwischenweg? Muss ein Zwischenweg sein, geheimer, ne? Was ist das? Ne. Ich will gleich schon wieder nach Hause, das wette ich euch. Ich will gleich wieder keinen Weg. Ist nichts. Ist hier einer? Da hinten. Ja, doch, ne. Ist nur ein Schatten. Ja, hier. Und da. Ja, wo geht der denn hin? Ja, wo geht der denn hin? Hat sich schon gleich wieder so voll zugeschneit. Und hier hoch. Also ich sehe kartentechnisch fast gar nicht mehr durch. Im Hintergrund würde die Wölfe oder was auch immer. Wo ich schon glaube, dass in solchen Gebieten definitiv Wölfe sein werden. Da oben waren wir da hinten oben. So, hier ist das Tor. Kann man das als Tor begelten lassen? Irgendwelche Gestalten? Finden wir es raus. In der nächsten Folge. Tschüss.